Betriebsspannung an und die Daten werden übertragen. Vorausschauende Wartung. Die ist mit der neuen ProLine schon jetzt Realität. Digitalisiert diese Daten? Sicher ist sicher. Das SIL-Gerätekonzept beinhaltet natürlich noch viele weitere Möglichkeiten, um Planung, Betrieb, Wartung und Prüfung von Schutzeinrichtungen noch sicherer zu machen. Die neue Monitoringfunktion der ProLine 300 500 ermöglicht genau die vorhersehende Wartung, die man sich seit vielen Jahren wünscht. Einfach clever und fit für die Zukunft heißt also auch Zeit und Geld sparen im Anlagenbetrieb. Und die neue ProLine-Generation kann noch mehr. Sie ist Industrie 4.0 ready, verfügt über industriespezifische Sicherheitskonzepte, Artbeat Technology, Diagnose und Prüfung mit neuen Monitoren-Parametern, sowie ein erweitertes HISTOROM-Datenspeicherkonzept. Einfach clever und fit für die Zukunft. Das ist wichtig. Untertitelung des ZDF, 2020